So, Servus Leute, heute einmal im Test die Firebox von Fire Event. Eine gute Goldbatterie, wie gescheit was, zur NEM. 499,5 Gramm, 37 Schuss, Kart F2. Hmmm... I guck ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018 Nicht schlecht, nicht schlecht das Ding. Ein bisschen gefährlich. Die Punkte können teilweise wieder bis zum Boden machen. Ja gut, dass es regnet. Aber ja, das war es schon wieder gewesen. Ja, also bis zum nächsten Mal und Servus.